Die SPR heute ist das. Der MVP, Adidas. 1-2-1. ZU. Loppa. 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 Passa, Loppa. 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 Julio Rodriguez. Mein Mann. Loppa. Julia Rodriguez. Björn Rodriguez. Ich bin in Berlin. Abend ist Freier conducen. wunderschönes wetter muss ich sagen wir spielen heute gegen das mvp von adidas lassocken event wir mit wir meine ich natürlich die creators nationalmannschaft deutsche nationalmannschaft wir haben in spanien schon gewonnen 2-0 damals diejenigen die mich supporten wissen das war mein erstes spiel für die deutsche creators nationalmannschaft heute hier ging adidas vor den reichstag hier in berlin wird auf jeden fall einen geilen tag einen schönen tag ein sehr spannendes spiel später weil oder zum beispiel spielt nicht bei uns sondern bei denen es gibt auf jeden fall sehr gute kicker bei bei team adidas nationalmannschaft ist auch schon was ich würde sagen lasst jetzt schon mal ein like da aber nicht vergessen und dann würde ich sagen let's go ich muss sagen bis jetzt war ich noch nicht in berlin und sehe das zum ersten mal finde momentan sieht das ganz entspannt aus auf jeden fall richtig groß hier könnt ihr sehen wo wir uns gerade befinden da irgendwo auf jeden fall keine ahnung da hinten sieht ja von die groß der schon retired ist deutschland ist leider rausgeflogen jetzt sehen es nur noch spanien frankreich im halbfinale und holland gegen england bin auf jeden fall gespannt ich sag finale spanien holland das wird auf jeden fall cool und natürlich gewinnt auch spanien wir befinden uns jetzt im friends of adidas hospitality bin ein bisschen kaputt muss ich sagen jetzt aber wir essen jetzt gleich langsam was gehen dann gleich auch ein bisschen spazieren und gucken uns so ein bisschen das geländer wie gesagt ich war bis jetzt auch nicht hier amino steht hinter der kamera beziehungsweise neben der kamera ist da genau gleich hallo und dann stellen sich die anderen auch vor das ist die bühne von hier oben wie gesagt wir gehen gleich nach den essen nach unten auf jeden fall auf die 1 gucken uns jetzt das gelände einmal kurz mal an zum ersten mal hier in berlin bin mal gespannt wie das so aussieht sieht aber super aus wirklich sehr organisiert alles schon voll muss ich sagen ja später werden wir hier spielen bin gespannt sieht auf jeden fall sehr gut aus sehr klein aber wir gehen einmal kurz ins home of adidas immer gespannt wie das so aussieht es soll richtig cool aussehen jetzt ist die stimmung bei ihnen super wir sind zu früh losgegangen aber sonnenschein das war entspannt in alle schöne spielen wir werden uns jetzt gleich auf wenn wir sind kicken ein bisschen spiel spaß haben kundrasen super dabei springt irgendwie so komisch aber gehört dazu 1 2 3 zu das macht er einfach was er er legt einfach an den er sagt 1 2 3 so Elias übernimmt das hier in der moderation wir geht es gleich los 2 2 3 so 1 3 3 so 1 2 3 3 3 4 2 3 4 1 2 3 Stark, komm mal, rauf! Ja, passiert, alles gut. Weiter, 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 weiter! Komm, Jungs! Ja, rüber! Schuss, Hütter! Defensiven, stark! Komm, Jungs! Komm, Jungs! Komm, Jungs! Komm, Jungs! Ja, ja, wir! Jetzt zusammen, zusammen, zusammen! Alles gut? Geht schnell, geht schnell! Komm mal zusammen! Alles gut, komm mal raus! Wenn vorne einer frei ist, scheißegal, wer die Scheiß-Tuch gemacht. Wir wissen, wie geht die? So. Der Spieler, der Wettbewerb... Oh! 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 Malmuch! Weiter, weiter, weiter! Komm, Jungs! Okay, es geht los! Oh! 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 Ich schalte! Ich bin immer. Ich bin immer. Ja. Es war Koppel. Ich habe die Gegend. Ich bin immer. Ich bin immer. Weiter, weiter, auf die Guell. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 1. Alleine! Alleine! Stop! Stop! Wir haben auch weiter gemacht, ura! Wir haben das Ding gedreht gemeinsam, habt ihr gemerkt? Wo wir gemeinsam agieren und nicht Ego-Probleme haben, sind wir besser als die. Krass, wir müssen einfach nur egolos Fußball spielen. Wir müssen jedem gönnen, wir müssen jedem gönnen. Ich will eins erreichen, dass wir bis zum Penalty-Stutout führen. Wenn wir das drin haben, drehen wir das Ding hin. Auf geht's! Ja! Gut, Juli! Fußball spielen, jawoll! Spiel Fußball! Stand nach vorne! Zeit, Zeit, Zeit! Nein, 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 nein! Geh raus, geh raus, genau! Einer muss, einer muss! Auffass in den Kimmern, pass auf! Da, 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 Juli! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Wechsel, hey, Juli, Juli, komm, 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 komm! Jawoll, jawoll, die drei, die drei! So, wieder! Uff, sehr gut! Sehr gut! Sehr gut gemacht, ja? Gut gemacht, Leute! Stark! Stark. Stark! Steh! Zwei! Steh! Steh! Steh, steh! Hier! Schießt, schießt, schießt! So ist es, wir verlieren mit 30 zu 29 in der letzten Sekunde hier, Shoutouts, super Turnier, super Veranstaltung, ich glaube, das war's mit dem Video, ich hoffe, das wird euch gefallen, vielleicht nenne ich euch ein bisschen mit, wenn ja, ein Like da lassen, abonnieren und ihr wisst ja, Rodriguez, am Start! Na, 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 na. Cada una de ya.